Hallo Leute was geht Gamer Apfel geht Ja heute lehrt mich mal sprechen und guckt mir beim Spielen zu Jibbi So So was wollen wir mal spielen sollen So Was wollen wir spielen Entschuldigung das hätte es mir gerade ausgefallen New Person Ja New Person Was nehmen wir denn Nimm mal die Fahrradsparkung Oh oh Timmil 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 auch jawohl die wortel neid er will was ist mit dir alle leben werden man sieht er meinen vor Mausverhältnis nicht das ist ja richtig, ne? Ah, meine Beine! Ah! Ich sehe, ich sehe, ich gehe... Ah! 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 Das war ein Eis, erlust. Das ist besser, habe ich schon nie einschüttelt gemacht. Noch ein Doktor... Ne, nicht Andre... To-Gut-Job. Das mag ich, wenn ich das... Watch... What? What? Nein! Oh, gucklein! Woah! Have this more YouTube channel... ...expern... ...zeit sing... ...together... Ja, zuja so. I willy... ...machefliiiine... ...channel is about... ...funny fail... ...competitions... ...zwei bis neun... mit also 1,7000 so so krisgert no I'm trying best again schön dass das ist das ist das beste Spiel das was du gemacht hast also wir noch so viel Spiele gemacht my channel heißt just weekly passen 51.000 Videos wie ist das ein jahrs-up-load-epik-fälle von sich mein channel ist 18 videos trotzdem kurs ist willkommen und du weißt auf dem und spät fehlst 13 nein warte, weiss ich wenn wir drüben sind ja, du schaffst, ohne die ganze bewerfen my youtube channel about epipharaculation have more than wer macht die eiskalt werbung in diesem spiel in seinem youtube channel ah ja gut, das könnt ihr euch auch machen dann nicht besser das schaff ich nicht auch wenn es so extrem BUCKT ok, denk nun noch nichtons ja wir schafft so wird er war du bist mit schlussern mit schenberg äckte wie es end wenn die ehemalige zu ich finde sie bitte nie kommen sowas zu machen und dazu noch werfen zu machen ich muss auch noch auch gott nicht zum Beispiel zu lesen was machen sie das ist das eigentlich ja als guckt euch an euch auch wenn ich kenne was ist so klinik das braucht der für scheiße würde sagen haut rein bis zum nächsten mal tschüss lasst es gut gehen